Konnichiwa Leute, ich bin's, euer Flushy Zogs und herzlich willkommen zu meinem neuen Video von Nia. So Leute, es wird endlich Zeit für eine neue Food Challenge. Und zwar hatte ich letztes Mal bei Meckis 15 Hamburger bestellt und ich hatte ja leider nicht alles geschafft. Das war wirklich übertrieben von mir. Ich werde diesmal beim Dönerladen drei oder vier Döner kaufen. Und ich werde mir mal so eine Zeit setzen, dass ich zehn Minuten Zeit habe, um das alles zu schaffen. Mit extra Schaft, glaube ich mal. Ich habe auf jeden Fall Bock. Ich werde jetzt mal hinfahren zum Dönerladen. Ich werde jetzt nicht sagen, so was für einer, ne. Das wird ja nicht sein. Der fällt genau falsch. So ein Idiot, Alter. Was für ein Idiot, ey. Ich werde jetzt auf jeden Fall da. Gehen wir jetzt mal rein. Hallo. Hallo. Ich hätte gerne zwei Döner komplett und scharfe. Ja. Hier habe ich mein Schätzchen. Geil. Gehen wir jetzt auf jeden Fall. Oh, ach ja, sorry. Danke. Danke dir. Danke dir. Tschau, schönen Tag noch. Danke euch für's. So Leute, hier bin ich wieder. Und ich muss euch leider enttäuschen und zwar hatte ich nur zwei Döner gekauft. Ey, ich hatte es zu spät gemerkt, aber ich hatte ja gesagt drei, aber er hat wahrscheinlich zwei verstanden. Deswegen, also nur zum Beweis hier eins, zwei. So, mehr ist nicht drin. Hier sieht gar nichts mehr. Ja, Leute, das ist halt ein bisschen blöd, aber egal. Dann werde ich das jetzt auch so machen, dass ich die Zeit auch kürzen werde. Dass ich jetzt fünf Minuten brauche, um das alles aufzuessen. Und ja, ich weiß, es ist vielleicht zu wenig. Die sind halt auch extra scharf, also mal gucken. Bevor ich anfange, ich muss auf jeden Fall sagen, dass ich wahrscheinlich doch zehn Minuten machen werde, weil ich muss halt schon auch damit rechnen, dass ich wahrscheinlich auch eine Pause machen muss. So, weil ich kann jetzt nicht einfach alles direkt in meinen Maul vollstopfen. Das ist halt sehr schwierig und ich muss halt auf meinen Magen aufpassen und so. Ist halt echt tricky, deswegen werde ich wahrscheinlich bei zehn Minuten bleiben. Und ja, ich denke mal, das ist auch richtig, ich finde das in Ordnung, dass man vielleicht doch zwei hat anstatt drei. Naja, auf jeden Fall, Leute, jetzt ist es direkt weiter. Gut, Leute, dann würde ich mal sagen, starten wir mal. Zack, Alter, wow, ey, das ist ja wie eine Weinflasche oder so oder eine Sektflasche. Krass, geht ja ab wie sonst was, ey. So, dann würde ich mal sagen, eins, zwei, drei und let's go. Go! Boah, mein Gott. 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 Musik 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 Wow. 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 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.